Der Ministerpräsident Thürings will den Solidaritätszuschlag abschaffen. Wer so etwas vorschlägt, hat keine Ahnung, wie die Lage in Ostdeutschland wirklich ist. Bundespolitisch ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlages in Anbetracht von dramatischen Steuerausfällen in keiner Partei ein ernsthaftes Thema. Ist es nicht erstaunlich, dass gerade die beiden Ostdeutschen Althaus und Merkel besonderen Wert darauf legen, mit ihrer Politik nicht als Ostdeutsche wahrgenommen zu werden? Ich komme aus dem Osten und habe kein Problem damit, für Ostdeutschland einzutreten. Im Gegenteil, denn ich weiß, dass der Osten unseres Landes seit 20 Jahren Experimentierfeld der Neoliberalen ist und dass es immer nur eine Frage der Zeit ist, bis das Experimentierfeld auf den Westen ausgedehnt wird. Die Linke will diese neoliberalen Experimente im ganzen Land beenden und wieder zu klaren Regeln zurückkommen. Regeln, die für alle gelten, auch für die Ackermänner und zum Winkels in unserer Gesellschaft.